Steam Spaß mit Rotorosenboy Auf Steam In Steam Ok Schnellhilfe Da Wir haben so lange gebraucht für einen Typen Was ist denn so? Sehr versteckt Ich muss mich irgendwo voll fressen Ich muss doch nicht mehr sagen Hier ist ein Freekid Oh Das war ein Freekid Boah, der war so ein Wraker Ich habe sogar eine Errungskraft bekommen und da kann ich nicht Weil ich so krass bin Ok, verzeih ich dir den Raptor Verzeih ich, dass ich wieder irgendwo rumrenne Obwohl, erstmal fressen sich nicht die Rapport Dann fahren wir nach Sattfressen Alrighty dann, los geht's Wo sind sie? Da, da ist einer Hi Nein Alles klar Einiges ist der Render irgendwie voll stark für mich Hier muss man so wirklich krankweißen gruppen Für den sollte es eigentlich auch eine ganzer Anzahl geben Weil er ist echt stark ich habe umgerannt und ich habe gar nicht gemerkt sehen und bei irgendwie geholfen das mit dem viel ja gut und jetzt kann ich wieder los jetzt werde ich mich voll weil das ist doch voll nicht normal ich weiß nicht also bei mir teleportiert sich nichts er hat zwar immer zwei ja mann ich bin der jäger ich hoffe wir kriegen gleich diese map die ziemlich geil ist bei den docks da ist so ein schiff und ganz viel frei oder die wo ganz stürmisch ist und hohes gras da sind die raptoren in ihrer aber es läuft ja noch zehn minuten weiter ja nachdem er sich fertig da muss ich eh gehen aber das ist jetzt noch irgendwo voll m so dass ich hängige Sachen die nicht existieren nein wo ist er hin Nein! Teleport! Boom! Ja, man, ich hab auch irgendwie gut genommen. Es geht um Boom, Alex. Boah, da sind sie! Boah, da gammeln sie rum. Oh, ist das zu mies, ey. Boah, Alter, ich bin dritter in der Rangliste. Boah! Oh Gott, so viele. Ist das irgendwo? Ich hab noch... Oh, Alter, der ohne Scheiß, der Pyromant ist voll schwach. Ich hab grad gesehen, wenig Schaden, der macht. Ich hab einfach die ganze Zeit auf mich geschossen. Ich hab irgendwie kaum Schaden gemacht mit dem Feuer. Bist du das hier? Äh, nice. Boah, ich bin grad und ich pressgepackt, wie du sauber hast. Können, ich lass mich den hier abschillen. Ist du ein Flieger oder ein Raptor? Kann ich nicht... Ich hab dich frei genommen. Ich hab dich frei gemacht. Ich hab's da gemacht. Hier! Oh! Ok. Ach. Ok. 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 oh yeah so ich bin gerade hier wieder in der renner ich bin sogar auf dem dritten platz ja uhr alles ach ich will ein tierwerk sein mann ich finde mir nach wie geiler als ein tier ja mann 15 kinks ja der ist voll geil ja ich habe mich um er ist auch geil wenn sie so auf einer kuppe stehen also dann werden wir haben so viele saures schreien und dann kann man zweimal schritten ungefähr so ich kann irgendwie nicht aufhören zu fressen auch gut jetzt ich bin ganz hinten in der ecke auf diesen auf dem stein auf den die ganze zeit stehen ich bin in framework town und ich sehe nur noch fucking das war dass ich kann mich verstecken du bist weil du schlecht bist oh ja schon wieder ein kill und schon wieder ein kill das problem ist er ist echt scheiße langsam wenn er nicht rennen kann dann geht er deswegen nur schon fast die ganze zeit mit dem rennen ich habe einen glaube ich gepackt aber dann wieder los will das war ich nicht hoch genug und die chillen da irgendwie zu wie viel was weiß ich wieder auf einem jetzt mal kurz hin und sag den hallo klick doch du scheiß teil entweder liegt es an den lags im server oder an den frameworks oder dann beide das ist auf jeden Fall so richtig abschockt da wurde ich gerade echt kaputt geschaffen jetzt wird wieder gerannt wird die hände gefahren was asle als irgendwie renner spielen weil er auch der geilste ist und schon wieder Junge ich mache gerade so viele kills du hast mir aber geklaut jetzt brauche ich dir hinterher und dann geht es los wo da brauche ich dir hin wo 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 auf wo 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 flooding Oh ja, Glitter, Glitter. Ich kann Erster werden. Gott, er kann gewinnen. Ja, dann kann ich gewinnen. Ich muss doch in diesen drei Minuten Erster werden. Wenn nicht, dass es geht. Ah, ah. Ist er tot? Ja, ich glaube schon. Da ist noch einer. Ah, fuck, ich habe nur den Erstest bekommen. Ich brauche mehr Kills. Ich muss mehr rennen. Ich kann gewinnen. Ich habe keinen Gewinn. Ja. Alright. Vielleicht hätte ich nicht in alle reinlaufen dürfen. Ich brauche. Ja. Sei vorsichtig. Zero. Die haben echt nicht so viel mehr Punkte als die. Ich kann das schaffen, Leute. Ich kann mich zum Ersten werden lassen. Wenn ich weiter diesen Tempo Kills mache, wie gerade eben. Ich muss das schaffen. Ich habe drei von der Brücke runtergestoßen. Und ich habe alle Pins abgerollt. Haha. Warte mal. Home Run nicht Strike. Ich bin runtergescared. Ja, Mann. Ich habe noch ein Vieh bekommen. Da hinten sind sie. Ich weiß noch nicht wo, aber ich rette. Boom. Hier kommst du. Boom. 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 Okay. Was ist das? Weil ich hier bin. Ich sehe nicht. Alex. Alex. Fuck. Copy. Ich bin erster. Ich bin erster. Ja. Oh, ich bin. Ich bin vierter. Fuck. Ich muss doch in die Top 3 irgendwie. Oh, da hinten sind ein paar auf der Brücke. Die werden abgeräumt. Haha. Nein, nicht auf mich schießen. Bitte. Ich bin auf Fahrt und bin jetzt auch verdrungen. Gibt Zeit abzuräumen. Ich bin vollpressen. Ich bin, glaube ich, ganz falsch. Gott. Ich muss erster bleiben. Ich muss erster bleiben. Haha. Er ist nicht gestorben. Er ist dieser Tod. Guten Tag. Ist hier oben einer. Guten Tag. Sir. Oh. Keiner wohnt hier mehr. Wo war die Brücke jetzt? Die war, glaube ich, ganz rechts da. Nee, hier. Boom, boom. Get out of the way, bitch. Aber wir sind jetzt echt alle Menschen. Scheiße. Ich komme. Ich komme. Ich muss die Kills machen. Hör auf. Ja. Hör auf. Oh, da ist ein Freakill. Nice. Freakill. Ich bin auch mit voller Geschwindigkeit dagegen. Ja, du kannst halt nicht so gut sein wie ich. Ja, ich bin auch mit. Time to die. Ja, ich bin nicht halb. Okay. Ist echt voll dumm, dass die da stehen. Ja, wieder kill gemacht. Nein, ich will auch ein. Gib mir einen Kiel. Ja, wieder kill. Die hat sie alle weg. Ich weiß nicht, was das ist. Time to get a kill. Der fucking Assault war. Nicht jeder kann so krass sein wie. Ich habe den Kiel. So krass für mich. Auf einer. Jawohl. Nein. Verdammt, ist er gar nicht verwischt. Ja. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich bin besser als der T-Rex. Guck dir das an. Der T-Rex hat er voll gesagt. 33-13. Ach, bin ich nicht gut, Alter. Bin ich nicht gut. Ich hoffe, bist du mit mir. Scheiß, Assi. Ach, war das einfach. Ach, das ist das Spiel einfach. Das ist das Spiel einfach. Das ist das Spiel einfach. Aber jetzt müssen wir eh beenden. Accept Match, so. Ja, okay. Ich finde, das haben wir eh geile. So, das war es mit der Kategorie Steam Spaß mit Roter Rosen Boy in Steam. Nein, das ist so extra so sein. Mit Arschlochmuskenspender. Und Roter Rosen Boy in Steam. Das habe ich doch schon gesagt. Ja, aber nein. Nicht richtig. Das ist doch im Titel verbaut. Oh, Mann. Lass es so. Okay. Alles klar. Bis zum nächsten Mal, weil ich weiß nicht, was wir tun. Weil ich weiß nicht, wie der Titel noch heißt, was du da sagen willst. Willst du jetzt die Show über den, oder was? Nein. Mach deinen fucking Outlast, Alter. Und das andere, was ich jetzt noch nicht sage, was du machst. Tschüss. Tschüss. Das war Roter Rosen Boy von den Tatschi Fernandos. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, liked doch das Video und abonniert unseren Channel für noch mehr Content. Penus. Penus. Penus.